Oh, oh. Wow, 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 wow. Gar keine gute Idee, gar keine gute Idee. Ah, ein Seil, hau dann ab. Oh, das war. Gleim, gleim. Und schon sind wir wieder da. Oh, bei Don's Dau. Eier Doktor Will ist am Controller. Wir ziehen jetzt weiter Richtung Goldsuche. Und ich hab null Pile, wo ich hin soll. Sind wir in der letzten Folge durch ein Wurmloch gesprungen. Und ja, das hat uns nicht wirklich viel weitergebracht. Wir brauchen jetzt dringend Gold. Oh, so ein Heiserl. Bin schon wieder so ein Sau-Mensch. Kann man mit dem Heiserl irgendwas machen? Oh, das ist Piccalf. Was? Und so. 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 Und jetzt gehört, vorambi von irgendwie mit jetzt so tippig sänger und sexist wenn ich hingehe so irgendwie verschwungen werde ich schon mal ist vielleicht nah besitzt er nicht oder oben links turner aber kein gold essen war natürlich auch gut da ist noch stein herr volle das ist noch voll nicht gut lag jetzt den keyhole was ist deutsch kaputt was ist das spiel lang oh fuck let them what is it's a good idea wow wow w Castro good idea cool good idea go outside all that up also negativ da bin ich definitiv noch zu schlecht ausgerüstet um da nach unten gegen spinnen kämpfen zu können aber zum glück habe ich überlebt und mir war gut jetzt trotzdem übergehen aber dichter wald ja wahrscheinlich mit lauter baummenschen und dichten wo da werden nicht sehen und wieder skelett irgendwie ist das glaube ich kein so guter plan aber was bringt mir wenn ich kein gold nicht find da werden spinnen und schwere mensch bei der schaufel so kann da gut drin sei ohne ist es so echt erschreckend und ich muss jetzt dann irgendwo mein lager aufschlagen freude kommt auf wer würde mal nicht gern in diesem dunklen tollen wald ja schlafen aber es gibt sich ans feuer setzen zu wollen im kind mir dunkler vor ist sonst bären hey was ist das fangt jetzt zum schneiden was geht hier ab schnell 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 okay was ist das eine eisbox aha eine tool muss was haben wir da okay rein und bin mal ganz toll und das ist das winter daten sind wir uns da und sagen wir darf cool schnee habe man hier konnten jetzt kann man die scheisspinnen etwas tisch tüten 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 ja es ist mir klar jetzt gibt es nur eine blöde scheißvieh jetzt müssen wir mal da auf jeden fall mal was noch klingen jetzt da mal was auch noch blingen wissen kann man vielleicht da jetzt wird es wirklich noch jetzt haben wir den schmarrn der eis sammeln Was geht jetzt ab? Nein! Was soll der Scheiß? Also die Spei hat ja echt immer Neue Sachen für uns parat. Ja, machen wir es nochmal auf. Dann legen wir mal den Schmarrn weg. Was kommt jetzt da schon wieder her? Was kommt jetzt da schon wieder her? Muss ich jetzt Angst haben? Ich weiß es nicht. Jetzt ist es wieder weg. Was ist das? Willows Leiter. Was ist das? Equipment. Cool. Es gibt da schon wieder so eine Scheißspinne. Die füllt ihre Artgenossen auf. Ah, blödes, blödes Tier. Wie wir in dem letzten Let's Play festgestellt haben, kann man diese Scheißspinne nicht fressen. Also wissen kannst du schon, aber also hier sind scheinbar mehrere Abenteuer schon gestorben. Die sind scheinbar werden. Die hat sich besser gewinnen. Ja, ja, ah da, oh, ja. Zwings, was sind zwings? Ah, ist ein plus. Ah, ja. Da um ich schnell wieder nächst. ja was mache ich jetzt was mache ich jetzt die sammeln hier kochen die bringen in etwa nehmen bloß platz weg gut ja und jetzt sind wir wieder weiter scheiße da soll natürlich auch verstorben erbracht für den lagerplatz bleibt jetzt das winter oder ich nehme glaube ich wieder felds lang auf ja es war zu spannend im moment zum schluss und bedanke mich schon mal fürs zuschauen also ihr sekt es jetzt wir haben jetzt sind jetzt im tag 4 genau und haben wir jetzt schon mehr erlebt als letztes mal gut da haben wir schon wirklich auch viel erlebt in der ersten staffel aber was wir jetzt schon neue sachen gesehen haben von verschiedensten monstern bis hin zu ja schnee und nochmal monster und fast gestorben und tunnel und brutale folge war das ich bedanke mich fürs zuschauen und wünsche euch alles gute euer doktor will ciao bitte euch